Hi No, wie geht's dir, alles gut? Jo, hi, was geht ab? Alles gut, und bei dir? Ja, man, alles super. Hey, freust du dich schon aufs Essen? Ja, normal, ne? Also, das wird wild. Ja, auf jeden Fall, dann fangen wir mal an, war? Ja, bis gleich. So, willkommen, meine Damen und Herren, hier bei No zu Hause. Wir machen heute auf jeden Fall sehr nices Essen und Freestyle Kitchen, die zweite Folge, sozusagen, mit unserem Special Gast No. So, und wir machen heute was sehr nices, auf jeden Fall. So, sehe ich gut aus mit dir, wie wir brauchen? Ja, geht mal. Alles gut. Okay. So, willkommen auf jeden Fall, jetzt sind wir bei No in der Küche gelandet. Und heute gibt es auf jeden Fall nices Essen, No Cee Day, feinste Ware, feinste Zutaten, viel Schokoloko. Und hier repräsentieren wir mal diese wunderbaren Nudeln hier. Dann gibt es Thunfisch, sozusagen. So, und feinste Tomatensauce. Jetzt mache ich noch ein Schnittbild, wie die Lebensmittel von Noam ausschauen. Und hier sehen wir noch die anderen leisen Zutaten. Schmelzkäse, Käse, Tomatenmark, Nudeln nochmal. Basilikum, Tomate, Zitrone, Tomate, Flüssig, Tomate passiert. Thunfisch, wir schauen, ob es die richtige Menge ist oder wenn das weggelassen wird. Dann haben wir noch Oregano, nice. Und frisch gekauft haben wir hier noch ein Basilikum. Bombe. Zwei Töpfe. Und dann würde ich sagen, los und der Tag gehört uns. Carpe diem. So, dann beginnen wir mal. Mit der großen Freude des Lebens. So, dann kommen jetzt erstmal Wasser rein in den Dichl. Bayern sagt man zu Dichl. Und halt doch, das ist Dichl. Und dann machen wir mal Wasser rein. So, bisschen Salz für den Geschmack. Mal das heiße Wasser rein. So, nochmal eine Dunstabzugshaube an. Das passt. So, nochmal feinstes Olivenöl. So, dann schneiden wir mal die gewaschenen Domanen. So zu sagen, nochmal nochmal das Kerngehäuse raus. So, das Kerngehäuse raus. Und die ferne Freude auch. Neue Küche, neues Glück, sag ich immer. Jede Küche bietet seine Eigenheit. Und ich bin allzeit bereit. Für den Feil, ja. Wir passen uns natürlich die Begebenheit an. Und nehmen ein Messer. So schmeckt es besser. Zack, zack, zack. Kochen ist das neue Feiern. Und die Frauen sind am Geiern. Oder noch? Weil der Brät, der kocht halt eigentlich auf. Und sieht dabei noch verdammt gut aus. Das ist so eine Freude. Für die Leute von heute. Hä? Kräuter? Kräuter? Kräuter. Kräuter. Ah ja, Euterraum. Darum ist er. Ja, Euter. Euter, Euter. Oh yeah. So, jetzt wird die Tomate noch fertig geschnitten. Schöne kleine Würfischen. Aber die kochen noch schön ein. Das heißt wiederum, dass sie auch breich werden. Dass der Noh auch sagen kann, der Genuss ist auf seiner Seite heute Abend. Wir müssen nämlich bedenken, dass wir mit besonderen Menschen zu tun haben. Und besondere Menschen brauchen besondere Kost. Nicht nur kostspielig, sondern leidenschaftlich sozusagen. Das ist so wunderbar. So, das war, glaube ich, die längsten Tomaten, die ich je geschnitten habe. Jetzt haben wir die Tomaten. Jetzt kommt das Zwiebelchen. Kommt ein Zwiebelchen. Kommt das Zwiebelchen noch. Einmal ein Scharletschen und einmal eine rote Zwiebel. Jetzt kommt feinste Olivenöl in den Topf. Eine Freude der Natur. So, ein bisschen Ei. Das ist ein schönes Olivenöl für die Freunde in uns. So, dann kommen die Zwiebelchen. Unser Bruder, Zwiebelchen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. So. Und dann machen wir das wieder los mit Zucker ein bisschen. Und kochen und medisieren. Aronsirup kann ich auch nicht haben, wenn du willst. Ein Tropfen. Alles klar. Kommt das Tumachen dazu. Für die Ladies. Das wird die Freude nicht eigentlich kochen. Dann kommt ein Tropfen Aronsirup noch rein. Bei der Foodstyle Kitchen wird gemacht, was der Chef sagt hier. So. Jetzt müssen wir schon einkochen lassen, hier die Frauen in Spitze. Die Date. So. Dann müssen wir einschmoren. Dann kommt Tomatenmarkt darüber. So. Das Nimmglas auch noch hinten mit dem Aufkuchen. So. Und jetzt müssen wir erst mal die Tomaten hier einreduzieren. Jetzt zeig mal in die hinein, die es ausschaut. So. Jetzt muss die Freude erst mal mit einkochen. Damit es da wäre eine gute Sämlichkeit, eine gute Grundsämlichkeit. Und die Tomaten in den Schwachen falten können. Ja. Wie man sehen kann, so sieht es dann von unten aus hier. Wenn man das Gewinde wieder da know. So. Einkochen hier. Kommt das Tomatenmarkt hin. So, wenn es intensiver schmeckt. Noch ein bisschen mitresten, ein bisschen einschmoren. So, jetzt schön einkochen hier. Oh, das wird super. Das wird wunderschön. Dann kochen wir einen Aufheil. Nehmen wir ein bisschen Bietzern, oder? Ja. Ah, und ich nehme den Ahornsirup. Das verstehe ich, die Wirkung. Und nimmt da den Virus, ey. Eine Tropfen. Darauf können wir hoffen. Ey, ich glaube der war offen. Verlocken. Ja, genau. Jetzt reduzieren wir einen für den Geschmack, der spirituell angehaucht. Kein Problem, ich habe einen kranken Bauch. Und feier diese Sachen auch. Ja. Ich möchte niemals die Chance stehlen. Aber diese Nummer ist die Krone-Jug wählen. Kann den Ton heben. Kann den Flow geben. Wenn die Dose Thunfisch, sie ist noch verschlossen. In 0,10, yeah. Ist sie offen. Ich bin der krasse G. Bekomme Appetit. Bin krass verliebt. In diesen krassen Beat. Ich bräuchte jetzt nur noch einen kleinen Sieb. Dann kann der Thunfisch sich trennen. Und ich bin auch verliebt. Währenddessen am Köcheln. Pitches sind am Röcheln. Äh, ja. Das lassen wir mal. So, eine leichte Salznote schon mal. Machen noch ein bisschen Suppa Paprika rein. Für die Süße. Eben süß. Ein bisschen. Dann kommt noch ein bisschen Knoblauch. So. Da kommt ein bisschen Pfeffer rein. Ich glaube, dann wird es lecker sein. Das ist nun ein krasser ein krasser Member von diesen platten Händlern. Ja. So. Das Bredel kann man auch mal wegräumen. Ja, Mann. Das wird krass. Das hat Geschmack und die Kraft in der Nacht. Das ist jetzt schön einreduziert. Das reicht. Und jetzt kommt der Thunfisch im eigenen Saft hinzu. Bisschen klein machen noch. Und jetzt kommt der hinzu, wo alles schön reinreduziert wurde. Sozusagen. Und jetzt gibt man der Freunde hier noch die nötige Power. Um ein bisschen noch einzukaufen und sich mit der Tomate zu verbinden. Damit man am Ende sagen kann, Liebe ist in uns und mit uns. Sozusagen. So. Wir bilden jetzt eine Emotion. Das Eiweiß bindet auch noch ein bisschen ab. Und dann Shea. Der Thunfisch. Der Thunfisch entfaltet langsam seine liebliche Freude mit der infinitlichen Bräute. Und wir besiegen den Teufel auf jeden Fall. Sieht jetzt ungefähr so aus. Schauen wir mal neu. Und jetzt hat die Tomatensoße hinzu. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Wasser rein, damit wir auch keine Ressourcen verschwenden von diesen göttlichen Tomaten. Wir sind ja auch wir sind ja auch wir sind ja nicht nur gut ausschauende Hibberbacken, sondern wir sind auch sind auch dankbar für Gott, dass ihr uns hier die wunderbaren Rohzutaten schenkt. So. So, jetzt haben wir schon eine sehr feine Soße. Und dann kommen unsere Nöbel, die kommen auch mal schon mal rein. Die Nöbel sind ja schön in den kornigen Brüllwasser. Angegen wir den Müll. Noch ein bisschen in der Nudel operieren. Du machst die Nudel schon weich, oder? Ja. Also überall dämmte. Ja, genau. Alles klar, Bruder. Das ist kein Problem. Machen wir das für dich? Probieren wir mal. Oh, sehr göttlich. Und schmeckt eine leichte Süße des Ahornsirums raus. Kombiniert gut. Mh, ein bisschen Salz noch. Bisschen, bisschen, bisschen. Zack. Ein bisschen Pfeffer noch. Mh, Bip, 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 bip. So. So. Normale Menschen sagen Kräuter müssen gejagt werden. Erden sagen, Kräuter müssen ganz rein. Kräuter Wischen Schnüllen noch. Wischen rein. Wischen Kräuterlis noch. So. Und jetzt kommt der Käse rein. Und jetzt tun wir mal Käse rein, aber Käse viel. Es gibt Käse viel und es gibt Käse viel. Alles klar. Und das Käse rein. Die Hälfte ungefähr, das reicht. Jetzt tun wir mal ein bisschen Pizzakäse rein. Mh, 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 mh. Das können wir hier alles rein tun. Das war nur die Hälfte von der Packung. So. Können wir das wieder alle weh tun. Und jetzt kommen wir mal hier an der Sache näher. Oh, hier, jetzt kommen die Cheesiness rein. Really. Braucht nicht viel. Braucht nicht viel. Aber das kann ich ausschalten lassen. Das kann ich jetzt noch nicht hinfüllen lassen. Kleiner Flamme. Dann müssen wir mal umrühren. Damit die Nudeln nicht ankleben. So. Dann sind wir eigentlich schon so weit fertig, ne? Mh. Mh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt kommt noch die Citorone, Alter. Jockey selber. So, die Citorone waren wir an der Hand, weil wir auch ein bisschen sehr verstanden haben. Natürlich langsam, wegen den Fingerstreiten und so. Voll gerollt, damit die Säbzeilen fleuchen. Kerne sind da auch drin. Okay, okay, okay. Ich mach den 1A-Trick, Mann. Ich bin ein Nudelsieb und dann den Saft rein. Spare ich mir eins in allem. Kerne raus. Der Saft kommt rein. Praktisch. Freestyle Kitchen will come. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Was geil, was geil. Jetzt kommt ein Cinei. Jetzt kommt ein Cinei. Jetzt kommt jetzt alles Cinei. Der ganze Saft. Dreiwetter taft. Bei der Energiebombe, Alter. Bei der Energiebombe, Alter. Da geben wir doch noch. Jetzt kommt ein Cinei. Das ist das Cinei. Und jetzt kommt das Cinei. Jetzt kommt das Cinei. Das Cinei. Jetzt kommt das Cinei. So, wir werden langsam zum Ziel angelangt, jetzt werden die Nudeln abgesiebt. Uh, so sieht das Ganze jetzt aus von oben. Wenn Sie die Nudeln umziehen, müssen Sie absieben werden, das wird so matschig werden, nur mag es schön weich, alles klar, kein Problem. So, jetzt werden die Nudeln abgesiebt. Mit einer Strategie, jetzt ist es Blasemie. So, ich hoffe wir wieder kalt auswaschen, wenn wir die Stärke nicht eintrocknen, dann beim Spülen dann alles wieder entspannt bleiben. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Kaltwasser drüber, damit Sie abgeschreckt werden. Wollen wir noch ein wenig rein? Oh yeah, oh yeah, der shit man. Aber auch nicht so stark, weil die Nudeln nicht kalt werden. Nur reicht. Damit es da nicht reißt, damit sie nicht pappen und damit sie auch nicht kalt werden fürs Mahlen. Oh yeah. So, bisschen Öl noch. Für die Schokolubkraft nicht kalt. Weich. So, hier ist die schöne Soße. So, bisschen weniger vielleicht. So, bisschen. Oh yeah. Pasta. Mit Thunfisch. Bolonese. Bombe. Schön cheesy. Wo sieht es am Ende aus? Bisschen für die Optik nur Basilikum. Und dann ab in den Magen damit. Gut? Mhm. Sono und wie fandest du es jetzt bisher? Hast du geschmeckt? Auf jeden Fall. Es war sehr, sehr lecker. Ja, sehr würzig auch. Aber es ist immer schön. Die Nuancen haben gestimmt. Definitiv. Alles klar. So, jetzt probiert der junge Koch mal seine Nummer selber. Oh yeah. Alles klar. In Soße und rein in die Schleuse. Bombe. Wahnsinn. Noch mal eine. Stiftung Bagens ist auf jeden Fall sehr gut. Freestyle Kitchen. Wird geil. Incoming. Check die Rap-Koch schon weiterhin. Jeden Monat neu. Alles klar.